Was geht ab, ihr Geilensäure? Willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Warte geht's? Diesmal mit welcher Waffe? Äh, MP7 hatten wir scheinbar im vorigen Part, oder was? Von daher nehmen wir wieder mal die PDB. Oh ja. Äh, klatschen wir da drauf. Ähm, no, 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 no. Wir können zwei Aufsätze drauf klatschen und dann hauen wir auf jeden Fall Lasermarkierer, das ist ganz klar. Schalldämpfer oder Magazinerweiterung? Oh, ich würde sagen Schalldämpfer. Oder? Ja, Schalldämpfer, Schalldämpfer, naja. So, und dann spielen wir einfach mal Team Deathmatch. Was wahrscheinlich in den nächsten Parts jetzt auch kommen wird, nur Team Deathmatch, denn... Team Deathmatch zocken gerade momentan nur welche. Ich habe schon nachgeguckt, was da alles abgeht. Denn ich nehme gerade um 10.55 Uhr auf am Dienstag. Und ja, da wird halt nicht so hart gezockt. Wird scheinbar schon ein Wunder sein, irgendwie überhaupt jemand hier in Team Deathmatch ranzukriegen, wie man schon sieht. Ist halt echt scheiße, ne? Ja, da dauert eine Weile. Na, geil. Da kommen noch zwei Spieler. Da ist sogar noch Hijacked am Start, meine lieben Freunde. Komm, joint rein. Mach's hin. Noch einer, komm. Nur noch ein Spieler, da ist sogar Hijacked. Spielen wir auch noch unsere Stimme. Und jetzt ist da einer rausgeschaut wieder. Mann. Oder soll ich das versuchen mit Hijacked, äh, Nuke Hijacked. Ich weiß, Hardcore ist scheiße und so, pipapo. Aber hey, müssen wir halt damit klarkommen. Wenn wir denn weiter das Let's Play, oh, guck mal, geht doch los jetzt hier. Und sogar auf Hijacked. Und normales Team Deathmatch, hey. Bloß bei Nuke Hijacked, wo man halt Nuke-Town oder Hijacked bekommt, äh, findet man halt schneller ein paar Spieler. Das ist halt immer etwas besser, aber naja, zahl's. So, meine FPS gehen hoch. Danke dafür. Super. Ist ja alles super nice. Ja, der hat halt die beste Deckung. Ja, nee, ich hab keinen Bock auf so eine Scheiße. So eine Sache mag ich überhaupt nicht. Alter. Ich einfach die ganze Zeit lebe. Okay. What the shit. Na? Kommt sie hier hoch? Hm. Alter, wie die schon da warten, ey. Wie die da schon warten, die Nutten. What the shit. Mann, oh man, oh man. Ihr kleinen, geilen Nutten, ihr. What's up? What's up in the building, huh? You know what? You bring it, huh? Einfach mal Rambo mäßig hier durchstürmen, ihr kleinen Nutten, ihr. 360. For loll. 360 for loll. Kennt er? Kennt er? Kennt er? Es war eigentlich wirklich einfach aus Spaß einfach reingestürmt. Und ich wusste eigentlich schon, eigentlich fast schon genau, dass ich sterbe eigentlich. Aber ich bin nicht gestorben. Ja, jetzt bin ich nicht gestorben. Aber ich meine halt, bei den einen Spawn halt gerade. Beim Gegner Spawn, wo da zwei Leute noch waren. Und, ja. Klar, ey. Ich komme reingesprungen. Er gibt mir instant ein Header. Mann, Alter. Alter. What the fuck, ey? Was? 7, 2, 5, 2, 5, 5, 5, 4, 7. Und mein Team, äh. Ja, okay. Geht eigentlich auch klar, okay. Ich dachte schon, mein Team wäre wieder richtig kacka irgendwie. Und keine Ahnung was. Und das Gegnerteam ist irgendwie wieder mal richtig OP irgendwie. Keine Ahnung. Ich dachte schon, wie da keine Ahnung wird. Mann, 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 ey. Alter, wie, wie, wie die mich... Doch mal ein Knoppen, ey. Ich bin so instant down, als ob ich irgendwie, keine Ahnung, einen Perk drin habe. Irgendwie. Äh. One. Hit. What the fuck? Wie schnell bin ich denn down? Ey. Ist das normal? Ich komme gar nicht dazu, irgendwie die... Irgendwie anzuhütten oder keine Ahnung was. Zack, derber. Irgendwie. Guck. Guck. Ey, das Team geht mir auf die Eier, ey. Das Gegner-Team irgendwie... Tryhard hat das... Keine Ahnung wie. Irgendwie 24-7 Uhr an... C.O.D. Guck dir das an, Alter. 24-7 Uhr an Black Ops 2 zu suchen. Irgendwie keine Ahnung. Sogar um 11 Uhr, ey. Ja, Spastis. Mach ich natürlich nicht, nee. Nee, ich bin nicht 24-7 online. So schaut's aus. Guck dir den an, Alter. Der denkt auch irgendwie, der wäre eine ESL und keine Ahnung. Er spielt um 10.000 Euro und er bekommt mich noch, obwohl ich schon in ein Gebäude war. Alles klar. Ah, komm. Mach ich jeden Tag. Ja, was die aushalten, Alter. Die PDW ist auch scheiße, glaube ich, ne? Vom Schaden, ja. Ja, machst du nix. Besonders, weil ich noch einen Schalldämpfer drauf habe. Weil ich dachte, irgendwie, das ist kein Hijack, was ich jetzt gleich bekomme. Irgendwie. Ich dachte, das wäre eine größere Map. Aber auf so einer Map ist halt der Schalldämpfer irgendwie ein bisschen scheiße. Ey, komm raus, du Pussy, ey. Du bekommst mich eh. Oder auch nicht. Auch gut. Aber was hat er für eine Waffe? Alter, was... Na, komm. Komm, wir versuchen mal damit unser Glück. Ich glaube, das ist ein Swatten, ja. Weißt du, wenn ich schon eine Waffe aufhebe, dann ist es immer so eine richtig besteuerte Waffe, ey. Drei-Schuss-Waffe, ey. Ich bitte dich. So. Da oben sind ja noch welche. Ganz klar. Feindliche MQ 27 Dragonfire entdeckt. Wir sind hier geschossen. Da nervt mich doch nicht damit, ey. Oh, ich habe einen Abschuss hier. Ich muss die Leute auch... Alter. Irgendwie raged mich Call of Duty Black Ops 2 gerade richtig schön enorm. Irgendwie keine Ahnung. Aber es ist auch kein Wunder, ey, wenn die Gegner so keine Ahnung sind. Ja, ja, ja. Ja, ja, hart auf die Eier. Ja, ja, der... Weißt du, dann bekommt mich diese scheiß Dragonfire nicht. Dann bekommt mich dieser Typ, der die ganze Zeit am Balkon sitzt irgendwie und seine Blumen gießt oder keine Ahnung hat. Mann, Mann, Mann. Aber geile Waffe. Beste Tarnung EU, sagst du? Oh, ja. Dann werde ich gesniped. Ich werde gesniped. Ey, ist das geil. Ist das geil. Ja, geil. Was haben wir? 10, 15, Alter. Ja, da machst du halt nix, ey, weißt du? Ich komme irgendwo hin. Ey, der Gegner steht da. Ich werde instant one-hitted irgendwie. Keine Ahnung, als ob er einen Sniper hat. Ey, weißt du? Ich habe gar keine Chance zu reagieren. Das ist schon richtig heftig, Alter. Ja, was die Gegner an Schaden machen irgendwie. Und meine PDW, ich schieße drauf, ich schieße drauf. Der sagt, oh, kützelt ein bisschen. Irgendwie so in einer Art und Weise. Keine Ahnung was. Also irgendwie ist die PDW mega scheiße geworden. Jedenfalls was Hijacked oder Nuketown angeht. Da kannst du echt nur noch mit der MP7, glaube ich, agieren. Oder mit der Victor oder so. Was hieß die Victor? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich ab hier... Ja, acht Minuten nehmen wir ja gerade erst auf. Aber eine Runde ist vorbei. Damit werde ich auf jeden Fall diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Blackout 2 Multiplayer. Haut rein, die Ficker! Bis zum nächsten Mal.